Musik Trotz bester Stimmung unter den Zuschauern, Spannung in der Reitsporthalle der SG Motor Barleben. Das hier ist die Mannschaft des Reit- und Fahrvereins Magdeburg, Altersklasse 2010 und darunter. Die sieben jungen Damen und der eine Junge sind also nicht älter als acht. Sie stellen sich in einem der größten Voltigierturniere des Landes den unbestechlichen Augen der Richterinnen, die jede Figur und jede Aktion streng, aber gerecht mit Punkten bewerten. Ausrichter der Veranstaltung ist der Pferdesportverein aus Barleben, der bekannt ist für die guten Bedingungen, die man hier vorfindet. Die Ursache ist, wir haben uns vorerst ja bereit erklärt, die Kreismassenschaften im Voltigieren durchzuführen. Und das ist so gut angekommen, dass man gefragt hat, ob wir dieses Jahr auch wieder ein Turnier machen wollten. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir die Unterstützung von den anderen mithaben, ziehen wir das hier bei uns durch, so ein Turnier, weil das ist eine ganze Menge Arbeit ringsherum, was man so als Außenstehender gar nicht so sieht. Aber es ist eben sehr viel mit sehr vielen Helfern verbunden und alles, die ganze Aufbau, was man hier alles sieht, drinnen. Und wir haben gesagt, wir machen es. Das haben wir dieses Mal. Wir haben über 200 Meldungen von Berlin bis Krumke, ringsherum, Zerbst, Angern, Barleben, überall her. Und sind auch ganz stolz drauf und hoffen, dass es heute nicht bloß wie das Wetter schön wird, sondern allgemein auch viele stolze Kinder gibt. Die Versorgung der vielen Gäste, denn die kleinen Sportlerinnen haben in der Regel ihre Eltern dabei, klappt bestens. Und während in der Halle die Darbietungen weitergehen, bereiten sich die Mädchen aus Barleben auf ihren großen Auftritt vor. Frau Kopf, Ihre Voltigiertruppe, worauf legen Sie beim Training Wert? Auf Teamgeist, auf Spaß am Turnen und auf, ja, dass es halt einfach schöne Momente sind. Und Tierliebe gehört natürlich auch dazu. Natürlich, das ist das Allerwichtigste. Ohne Tierliebe werden Sie gar nicht da. Pferdeliebe, walken, streichen, kuscheln und turnen. Wie haben Sie sich auf dieses Turnier vorbereitet? Training, 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 Training und nochmal Training. Ja, nee, Lauftraining, dass wir das Einlaufen geübt haben, die Pflicht geübt haben, die Kür geübt haben. Ein- bis zweimal die Woche. Malia, ihr seid acht Mädchen, die beim Voltigieren mitmachen. Da will jemand auch ins Bild. Was macht ihr denn beim Voltigieren am meisten Spaß? Erzähl doch mal. Naja, eigentlich gibt es da nicht so viel zu reden, weil eigentlich macht mir alles Spaß. Es gibt jetzt nichts, was mir nicht so viel Spaß macht. Es macht einfach alles Spaß. Ihr seid acht Mädchen in der Gruppe? Ja. Sind das auch acht gute Freundinnen? Ja. Na dann kann ja nichts mehr schief gehen für die erste Teilnahme einem so großen Wettbewerb. Die Präsentation teilt sich in eine Pflicht, mit der wird angefangen und einer Kür, die gleich im Anschluss gezeigt wird. Hier Ausschnitte aus dem Programm, an dem die Mädchen lange gearbeitet haben. Was hier die Kinder zeigen, stammt in seinen Ursprüngen aus der Antike und war damals Teil militärischer Übungen, damit die Reiterei schnell und geschickt möglichen Gefahren ausweichen konnte. In dem Maße, in dem Pferde aus dem Militärdienst entfernt wurden, wurde das Voltigieren eine Sportart, die oft der Einstieg in das Dressurreiten, das Springreiten oder den Fahrsport bildet. Hier in Barleben der hoffnungsvolle Nachwuchs und die Mädchen werden mit durchaus guten Noten bewertet. Aber das ist ja nicht das Wichtigste. Es war aufregend. Es hat Spaß gemacht. Und ja, es hat Spaß gemacht. Und ich war froh, dass Tagan überhaupt hier war und dass ich überhaupt bei Desseren angefangen habe. Am Ende landen die Barleber Mädchen mit dem fünften Platz im guten Mittelfeld in ihrer Altersgruppe. Und das ist für ihren allerersten Wettbewerb ein sehr gutes Ergebnis.